Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es wieder weiter mit einem spannenden Thema. Wie ihr schon hören könnt, ich bin tief erfreut und freue mich, dass ich wieder ein Video machen darf. Als erstes, wie immer, abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch nicht vergessen und was man sonst so alles macht. So, mein Kopfschmerzen hängt gerade ein bisschen, jetzt nicht mehr als erstes. Oh, danke schön für die 7 Kommentare. Ich bin zwar von euch Besseres gewohnt, aber okay. Was erwartet man schon auf YouTube? Nichts. Wenn ich jetzt mal bei mir auf die Startseite gehe, was sehe ich dort? Gut. Erstmal nichts, aber jetzt sehe ich was, nämlich von Her Tutorial wieder so ein scheiß Video. In letzter Zeit gehen mir seine Videos auf den Sack. Warum gehen die mir auf den Sack? Weil die scheiße sind. Früher war alles besser und schöner. Ja, Sport1 hat neue Videos hochgeladen. Ach, Barcelona. Die Fidschis haben gewonnen. Ich habe alles auf Real Madrid gesetzt. Der Schiedsrichter war schuld. Eindeutig. Apropos Schiedsrichter. Ich will demnächst auch für Fußball den Schiedsrichter erlernen. Juhu. Ja, Oliver Pocher und Dennis Scheiß Straßencobra. Sie ist bestimmt so gay wie der selbst. So. Das war jetzt ein sehr aufrichtiges Video. Danke für euer Interesse, ihr Fidschis. Tschüss. 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 Vielen Dank.